Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part Super Mario 64. Jetzt werden sich sicher Leute fragen, du wolltest doch im letzten Part die 100 Münze Mission in Jolly Roger Bay machen, also die hier. Die kann ich aber nicht machen, weil das, deshalb war das ja im letzten Part auch so gelegt. Das kann ich leider nicht, mach derzeit noch nicht. Ich nehme das Ganze nämlich vor den 12 Stunden Stream auf und ich werde das Ganze, denn das geht nur beim zweiten Spielstand, leckt das Ganze so. Denn beim ersten Spielstand geht's und ich habe den zweiten Spielstand ausgewählt für das Let's Play, weil ich bei dem ersten schon ein bisschen gespielt habe. Und da habe ich nachgesehen und da ist das hier, also die Seile. Wer es nicht gesehen hat, letzten Part bitte schauen. Also werden wir diese Mission der Zeit noch auslassen und die dann irgendwann anders nachholen. Natürlich genau da, wo wir aufgehört haben. Und heute gehen wir zum zweiten Bowser. Damit beginnt das Ganze auch. Nice. Ja, es ist ja, ich finde das doch immer dumm. Warum ist das schon? Und warum könnte er sich mal fixen? Holy shit. Oh, es geht sogar runter. Spiel. Echt, beziehungsweise Mario. Und die Kamera ist ja so scheiße. So, kacke Kamera. Dann gibt's auch natürlich wieder acht Rotenmünzen. Die, lol. Defa. Nice. Nice. Oh, das ist jetzt so scheiße. Ich kann die Welt nämlich. Leid. Heilige. Komm. Was sind Münzen? Wir brauchen keine hundert Münzen, sondern nur acht rote Münzen. Ja. Ah, hier ist auch noch eine. Warte. Kurz. Yes. Hier haben wir die. Können damit wieder. Hier. Oh. Hoch. Und nicht runterfliegen. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Nice. Komm, geh da rein. Danke. Spiel. Dam. Oh, jetzt sind wir ja hier. Scheiße. Habe ich Angst. Hilfe. Hoch. Als ob da was oben ist. Ach, Pisskopf. Er ist sogar unten. Nice. Äh. Nein. Oh. Oh. Alter, scheiß Mini. Hosse. Hilfe. Ich skill schon wieder so, obwohl es auch ist, ist es skill. Ich kann es nicht be... Hm. Irgendwo hier sind... Das ist eine rote Münze, aber ich schätze mal hier nicht. Hier? Ist hier eine rote Münze? Ja. Nice. Fünf Münze als fünf rote. Und ja. Hier müssen wir hoch. Oh, es läuft. Und wir haben, glaube ich, noch keine übersehen. Es läuft. Nice. Nein. Nein. Mario. Keine Scheiße. Children lieben. Ähm. Also. Kamera. 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 Bitte komm her. Und einfach wegschießen. Bye. Okay. Da ist die rote Münze. Okay. Idee. Nummero. Sieben. Scheiße. Viel geschlagen. Viel geschlagen. Oh. Oh je. Äh. Alter. Ich bin gerade so laut. Scheiße. Geh da hoch. Mario. Alter. Willst du mich gerade eigentlich ficken? Ich bin oben. Nein. Was? Zur Hölle. Warte. Ich muss hier. Heilige. Ficken. Wie komme ich da rüber? Ich muss da rüber. Nein. Was zur Hölle? Oh. Halt ich da fest. Halt. Kamera. 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 Wieso ist hier nichts? De fuck. Wie viele haben wir? Zwei, vier, sechs. Hä? Wieso fehlen mir welche? Wieso ist das verpackt? Was zum Fick? Jetzt bin ich einfach wieder ganz nach unten. Kein Blödsinn hier. Aber wir sind ja egal. Komm, volle Herzen. Komm, volle Herzen. Hey, ich dachte, ich bekomme hier gleich. Wir waren doch. Oder so muss ich noch da runter. Heilige Scheiße. Mägera. Hm. Ficken. Hä? De fuck? Okay, hier ist noch eine Münze. Okay. Und wo ist die letzte? Spiel. Wo ist die letzte Münze? Ah, Pisser. Oh, ich sehe nichts. Hilf mir doch dummes Spiel. Ha, 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 ha. Kamera. Kamera. Kamera, Kamera, Kamera. Die letzte Münze war doch da oben. Warum ist die da nicht? Beziehungsweise, ich bin mir zu 100% sicher, dass sie da oben war. Die war zu 90. Ficken. Als ob. Als. Chill dein Leben. Warte, ich muss gleich wieder niesen. Wartet. Ha. Ha. Verdammt. Hey, hey, hey. Die muss gleich kacken. Pisser. Okay. Nee. Du sollst da bitte hoch. Kannst du? Okay. Kannst du? Okay, mach halt nicht. Mario. Piss. Du bist Betrug. Betrug. Das ist Betrug. Ich bin... Willst du... Mwah. Wartet mal. Noch ein letztes fucking... Mal. Okay, wir sind jetzt hier oben. Aber hier müsste doch die letzte Münze sein, oder nicht? De fuck. Müsste doch die letzte... Ach, komm. Leck me... Oh. Lel. Ich schau nochmal hier ganz nach vorne. Aber die muss doch hier sein, zu 100%. Ich bin mir da ganz sicher. Ich bin mir da zu 99% sicher. Und wenn es nicht ist... Ich beziehungsweise... Wenn sie dann nicht ist... Aber wo soll sie denn dann sein? Ha, 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 ha. Ähm... Ich darf da nirgendwo nicht rein. Eben. Da ist die... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich weiß schon, welche ich übersehen habe. Ich habe eine übersehen, ja. Und da ist einfach tatsächlich keiner, wo ich gedacht habe. Ich habe auch gesagt, nur zu 90% Bisser. Dann gehe ich halt nochmal. Mal. Ist mir egal. Als ob. Das war ziemlich knapp. Spiel. Wo sind wir jetzt? Wartet. Da waren wir noch. Nice. Okay. Wir müssen noch weit zurück. Pisser. Wir, du stirbst. Ich schlag dich. Wir sterben hier noch. Noch hier. Und das Ganze wäre. Spiel. Boah, endlich. Jetzt. Kamera. Ja, hier sieht man es. Hier haben wir eine übersehen. Ich bin halt auf dem Pfosten. Tut mir leid. Jetzt ist es eine Kamera. Boah. Oh, die Kamera. Und jetzt sieht man auch mal, wir gehen hier einfach durch die Lava durch. Nice. Und ich würde... Ja, genau. Was ist mit der Kamera schon wieder? Ich glaube, ich habe die irgendwie jetzt verpackt. Tut mir sowas von leid. Ja, nein. Was ist denn? Was da? Scheiße Kamera, Alter. Okay. Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Nice. Okay, ab hier kann ich auch, muss ich, schneide ich jetzt nicht mehr, denn das lohnt sich sowieso nicht. Halleluja. Ach ja, das war, was war das eigentlich gerade für ein Skill, was ich da hergebracht habe? Kamera. Das war einfach gerade Liegen, die alte Sätze, die sie müssen. Ich springe da einfach. Easy. Easy. Ich sage euch jetzt, weil was? Weil jetzt ist scheiße, ja. Das gibt's doch gar nicht. Und du fliegst jetzt ja nicht mehr runter. Okay, nur noch hier hoch. Hi. Ah, brauchen wir halt die ganze Part dafür. Aber ich will mir ja keinen Stress machen bei dem Let's Play. Ich habe mein Ziel von 20 auf 25 Parts erhöht. Ja, es sollt, aber 25 Parts ist auch höchstens Pisser. Pisser. Pisskopf. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war einfach eine unsichtbare Wand. Und? Ne. Fejka. Sous-titrage ST' 501 Oh, wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Wir haben zwei Füße. Ich hab die Münze einfach schon wieder vergessen. Ha! Jetzt aber. Ich hab die Münze ernsthaft gerade schon wieder vergessen. Ich sag euch jetzt, wenn wir... Oh, nicht darunter dürfen. Wenn wir jetzt sterben, dann zeig ich mich. Also mach ich Video mit Facecam. Obwohl ich keine Webcam habe. Spiel. Aber das wird nie passieren. Ne. Alter. Spiel. Spiel. Enttäusch mich nicht. Please. Hoch. Und noch weiter. Okay, wir haben's gleich geschafft. Ich sag's euch, wenn wir sterben... Ey, mach ein Video mit Facecam. Echt jetzt. Das schwööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö zu riskant. Nicht, warum du nicht schießt. Ne. Ne. Ich mag das jetzt zum fünften Mal ab. Ich sterbe immer. Das ist scheiße. Ne. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja. Ich komme. Ja. Spring da jetzt erst mal. Piss. Was? Das ist so witzlos. Das ist einfach nur noch witzlos. Ich bin schon bei einer extrem langen Aufnahmezeit. Ja. 25 Minuten. Aber ja. Wieder getroffen. Am besten dann hier nach vorne natürlich daneben springen. Dann warten. Diesen Pisser hier. Ja. Und wir machen nur diesen einen Stern in den Part, weil der weil ich gerade extrem depressiv bin. Aber wir haben ja wenigstens noch 10 Leben. Das ist schön. Ich drehe mich natürlich wieder und nehme jetzt wirklich mal die Münze mit, damit ich wieder zurücklaufen muss. Und wenn ich hätte noch sterbe, dann das wieder mit Facecam. Ich habe es zurückgenommen. Das mache ich nicht. Das akzeptiere ich nicht so. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Wenn ich jetzt noch dreimal sterbe, dann mache ich ohne jetzt zurückzunehmen mit Facecam. Dreimal. Dreimal. Das ist jetzt mein Ernst. Und nein, ich werde das dann auch nicht rausschneiden. Das ist Akzept. Mario. Mario, drehe ich doch. Ja. Ich mache jetzt einfach mal einen Frisky. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Denn kein Bock mehr. Ich habe euch das jetzt, ich habe jetzt vielleicht so verfehlige Sache reingeschnitten. Wahrscheinlich. Meine Reaktion schneide ich euch nicht rein, denn ich fluche gar schön hart bei der Scheiße her. Warum? Ich bin doch immer so gut in dem dummen Castle. In dieser dummen Welt. Die ist doch überhaupt nicht schwer. Ach, Alter. Jetzt komm fucking nochmal. Pisser. Nein. Na. Was? Was? Wir sind jetzt gleich wieder. Jetzt aber. Oh, endlich. Wir haben es endlich geschafft. Und ja, er habe ich vor allem nicht vertan, da oben war. Nein. Spie will mich schon wieder ficken. Der wird das Spie... Kannst du bitte... Kamera? Spie... Okay, ich kann da nicht tun. Kamera? Ja, Alter! Chillst du jetzt mal Kamera, please? Ich würde mal mal sagen, damit wir es geschafft haben, Alter. Chill. Jetzt wird es selbst die Gesetze. Jetzt ist egal. Ist egal, wir werden ihn nicht brauchen. Ja. Und jetzt geht es zum Endboss mit nicht vollen Herze... Äh... Power Dings, Bums. Mit voller Kraft. Egal. Aber egal, es ist wieder Bowser. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, du klein Pisser. Und er kann halt jetzt nur ein paar neue Moves. Aber nicht sehr viel Neues. Und das sollte easy sein. Scheiß Pisser, Alter. Ja, und er kann sich porten. Jetzt haben wir ihn. Okay. Auf alles wir ihn los, oder? Scheißdreck. Ich habe falsch Schopf gedrückt. Ich muss ihn auf B loslassen. LOL. Kleiner Pisser. Kleiner, kleiner Pisser. Stirbst du jetzt? Bitte mal. Heilige. Oh, 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 okay. auf Bela's wein los. Scheiße. Aber schon knapp. Kann ich Kamera bitte? Kamera! 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 Boah, danke. Hm, wie, wir schafft ihn nicht. Der ist doch so easy. Wir peilen jetzt wieder das da. Bisschen drehen und wir peilen das jetzt an. Oh, fuck! Kommt jetzt mal wieder ein bisschen näher. Nee, kommt er nicht. Was? Den Typen doch gehabt. Okay, wir merken das, wir können ihn nicht, wir können ihn da nicht hüten, also wenn er Kamera. Okay, ich seh nichts. Fick dich. Scheiß, Pisser. Oh, okay, wir müssen wieder um ihn laufen. Okay, wir peilen das an. Das gibt es nicht. Ich sterb hier. Wenn ich sterbe. wetteen. Ich springe ihn halt auch noch direkt vor's Maul. Der Typ ist hier weg portet. Das ist zu geil. Komm. Jetzt. Was? Aber jetzt. Was? Nein. Alter, ich hasse diesen Part jetzt schon. Okay, ich bin aber diesmal nicht getroffen worden. Ich wollte doch mal versuchen. Ah, habe ich was zum Fick. Aber was haben wir denn in Safe State? Letzte. Alter. Kleiner Pisser. Jetzt aber. Das darf nichts. Das gibt es einfach nicht. Das ist so Betrug. Betrug 10 Duel P. Ich hasse es so sehr. Warum ich da auch immer hier drüben steht. Ich hasse dich so sehr. Jetzt aber. wir haben es einfach geschafft. Alter, wenn ich jetzt sterben würde. Easy. Ja, ich habe gefailt. Ich bin Opfer. Hahaha. Ich sehe dich bald wieder. Und damit haben wir das Ganze geschafft. Wir haben 70 Ste... Hä? Achso. 70 Steine hatten wir schon vorhin. Im nächsten Part betreten wir den Ober Geschoss Piss Kopfer. Ja, nach einem bisschen fälligeren Part sollte dann wieder ein bisschen ruhigerer Part werden. Das Obergeschoss wird habe ich selbst noch nie zu 100 Prozent gespielt. Aber sollte schon klappen. Es hat bis jetzt ja auch ziemlich gut geklappt. Ja, und ich gehe jetzt erst richtig rein. Ich bin zum Pfosten. Ich wollte es euch im nächsten Part zeigen. Aber egal, mache es jetzt noch. Vielleicht ist der Part länger. Ja, ich heile die wieder mal die 30 Minuten an. Liegt aber auch daran, dass die Welt scheiße war. Gibt einer von euch sogar noch einen Stern? Hallo! Ja, geil. Nice! Einen Stern weiß ich ja sogar noch. Wir müssen nämlich den Hasen auch nochmal fangen. Beziehungsweise haben wir das nicht schon. Habe ich das in dem Part schon? Muss ich dann nachschauen im nächsten Part? Ja, da gibt es uns nichts. Aber im nächsten Part werden wir damit beginnen. Wir könnten jetzt schon den letzten Bowser machen. Nämlich hier. Ah, das machen wir nicht. Hm. Ne, ich probiere das jetzt noch. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Pisser. Fuck you. fuck. Ey Pisser. Was wenn ich wartet mal. Das geht. Wartet mal. Nein, wartet. Ne, das ist wieder zwecklos. Aber immer kann man sich hier durch die Tür durchglitschen. Egal. wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, wenn wir im Obergeschoss im Dach, da ist kein Dachboden, im ersten Stock weiter fort bewegen. Was weiß ich. Ich schlabere nur Blödsinn, würde man sagen. Und dran, bis zum nächsten Mal bei Super Mario 64. ytic. Dachboden. Dachboden. Untertitelung des ZDF, 2020